Das wird nichts mehr. Die müssten jetzt schon an dem Ding stehen. Nö. Aber die haben verdammt gut vorgelegt. Zwei komplette Hacks, ey. Scheiße. Das wird schwer, das wird schwer, das wird schwer. Anstrengen! Ich hoffe, mein Kumpel kann uns hier richtig schön loslegen. Spionage mäßig. Ach, hier habe ich ja gar keinen Sonar. Okay. Mal gucken, er stirbt schon. Gut, das muss ich graben. Ciao. Und du hast du deine Rechnung und du hast in die Rechnung. Ich bin die Rechnung, du hast eine Rechnung. Ich bin der Rechnung. Ich bin die Reinhung. scheißen drecke ach mein kummel war gelieft na klasse das ist jetzt schön auf kaum okay er spielt mit der steuerung level 1 kacke ich geh jetzt einfach mal zu 10 mal sehen ob ich es schaffe war das eine imp? ne eigentlich nicht oder? achso dann muss ich hier drücken alles klar da kommt schon jemand? na komm 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 der sitzt weiterhin dort hinten, oh scheiß jetzt kommen wir der hat sich jetzt schön selbst mit der granate gekillt wo geht er lang? er geht hier hinten nein was macht diese steuerung ich hasse sie ey ich hasse sie man drückt einmal irgendwo springen und schon springt der automatisch immer irgendwo hoch das ist doch scheiße es nervt einfach nur ach jetzt habe ich schon wieder einen neuen hier jetzt kann ich nicht mehr ducken oh du gehst jetzt mehr ach scheiß das verdammt nix da mit Minen ich könnte hier wirklich nur von da und da schön erwischt ich weiß nicht könnte er ein bisserl was hier oh scheiße da hinten ich verstecke mich einfach wieder hier hinten ich weiß nicht hier 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 Oh, da haben wir es echt nicht gesehen. ok der hat den erledigt oh scheiße na wo bist du sehr gut time to do your job hack all active terminals in the area sehr gut jetzt konnte der den töten ach misst min ich hab keine imp mehr aah aber mit dem andere hier kann man arbeiten das wird was das wird was drei minuten noch um einen zu hacken ja damit gleichstand ist so eine scheiße ich renne es einfach aus aah ich hoffe mal dass hier niemand ok oh scheiße der ist ja schon hier aah 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 überlebe überlebe kumpel überlebe ich hab 3000 punkte das ist gut ganz schnell hinrennen ganz schnell ganz schnell ja der merkt mich nicht dann mache ich jetzt einfach weiter ab ab an hier an der seite rum Das ist ja ziemlich gemein. Die sehen einen nie hier, wenn man nicht direkt hier steht. Das ist ja dreist. Das war schlecht. Noch eine Minute für ein Terminal. 4.000 Punkte, Alter. Ja, klar. Das ist nicht so einfach. Ach, der hat erst mal gesalbert. Okay. Aha, der ist da drüben. Scheiße. Mist. Warum war der nicht geflasht, ey? Ah, das wird nichts mehr. Das ist unentschieden. Das wird nichts mehr. Was? Ach, weil die 5% haben, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen, hä? Das 5% mehr ist, du! Das ist doch für ein Arsch. Na gut, das war's für diese Runde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.